Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Barbie Diaries Äh, ja, Gorilla The High School Mystery So, wir können New Game, Minigames, Credits, Continue, nicht weil es ist ein Blind Hi, I'm Barbie, this is my school Das Spiel ist komplett auf Englisch und nicht auf Deutsch, ist mir aber egal These are my friends, Tia, Courtney and Kevin They're all really sweet Oh Gott, die Gesichter This is Raquel Hört, sie haben wie Raclette And her friends, Dawn and Regan Regan Oh, Joiung, da habe ich zu schnell He, I think I'll try out for the school TV anchor position There's no way Mr. Wexler can say no Yeah Oh, ist das Mr. Wexler? No, my car is already landed The position may be if you broke A Big news story Ah, das ist mir noch ein bisschen zu laut Einen Moment, ich muss grad mal kurz die Lautstärke runterdrehen So Guys, big news Someone stole all the items from this Year's charity auction Oh my god One with benefits for students are more high Oh my god, andere Schüler And there's more Look at this note Ah, wir sollen uns die Nachricht anlesen Durchlesen It says that items on stone have been hidden around Oh, sie wurden versteckt The school Does Principal Peaches now Weiß der Schulleiter was er Oh God I don't know, Mr. Ben just told me all about it We think it's best not to get the authorities involved Ja, ich möchte jetzt spielen Nicht mehr Text durchlegen It's an anchor worthy story Ja, das ist deine big news Oh God Way ahead of you, Mr. Wexler And light year ahead of you Wallflower Bobby, this is your chance Break the story and you'll land The anchor job for sure Stick around till everyone leaves I think I have something That might help you Ja, er wird uns helfen Okay Talk to Kevin Ah, das ist also Kevin Everyone What's up, Kev Check out this note It's covered in paint splatter Find more of this And you're bound to find more clues But how do I find Paint splatter As better Use this I call it the BDA It's got everything you need Including a map of a school And for diary section For notes Thanks, Kevin You're a genius Ja, er ist ein Genie Das natürlich auch stimmt Der Kevin ist immer ein Genie Hahaha So a totally upgradable way Starting to use For the inventorscope To find the hidden traces of paint It can also receive Text messages So we can keep it Keep in touch Oh Gott, jetzt kommt auch noch Easy Press the start A button Okay Press the menus Press the B button To back out Also A für Dann auswählen Und ne Ja Take credit for the compact mirror It has Quotly written all over Okay Haha Wish me luck Switching you to In Fred Let's get it now Oh hmmm so much smoke i better find something to clear the hall with diary got to clear the smoke i'm looking paints better okay cafeteria doors locked i have a fan that might be able to clear the smoke it's over the corner take fan should do the trick you're the best yay wir haben einen ventilator oh wir können jetzt speichern ja speichern wir doch okay ich möchte jetzt ähm map items items achso ne das nicht message viewer return to the game quit barbie diaries high school mystery achso ich kann das jetzt noch gar nicht einsetzen place fan okay nimm das du ah moment ich will mich aber hier erst noch weiter umsehen nein wir gehen direkt in den art room oh wir sind hin geplumsert i'm sure this is the right place but there's so much stuff in here i'm not sure where to look the bda is buzzing it looked like the picture file but there's all up another single signal la 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 bla 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 maybe kevin can help with also also müssen wir jetzt wieder zurück das ist auch ein ich habe keine ahnung get this strange photo to come see in a view ja ich latsch erstmal voll ins kaugummi ja sag mal was los ist wir haben Fotos luckily i have a picture disclaimer for you in the bda use the a button to select a piece of a photo then select a second piece to swap them simple achso das geht auf zeit oh das ist natürlich nicht so toll haha Gott, was tue ich hier? Nicht geschafft. Gottes Willen, ey. Da muss ich alles nochmal machen. Ne, das muss doch hier hin. Ha, korrekt. Okay, lustig. Big Red Cabin, look fair, I need to figure it out. Danke, hey, no problem. Ja, wir kommen so langsam. Art Room, ja. Okay, das müsste ja hier sein. Red Cabin on a photo, let's see what's inside of it. Ah, ein Auction, I have the handbags. Empty exceed for a small note, not looking like red backboards. But the BDA mirror can help me read it. Und nochmal A. Chemistry 101. Okay. Ja, check out the lab next door. Man, Chemistry müsste... Ja, komm, wir speichern nochmal. Override, yes. Chemistry Lab. Hello, Barbie. Do you need any help with yesterday's assignment? Ah, nein, danke. It's almost through with it. Right now I'm trying to track down the Stole Edition items. Have you seen anything that might help? No, not lately. No, not lately. In school, someone did lock my lab. Get out of the far. Enter the room and change the code. I'll check it out. Oh, Barbie. Yes, Mr. Bennett. Thank you for cleaning the smoke of the hallway. One of my students decided she had more important things to do and left the Bunsen burner on. Nothing I could have. Electronic combination law would take me all year to just guess the combination. I'd better to see if it... Und wieder zurück zu Kevin. Ja, Gott, diese Fragerei geht mir ja mir nicht auf den Keks. Und nochmal zurück zu Kevin. Guck, wie lang das Spiel eigentlich ist. Elektronisches Schloss. BDAs will also detect fingerprints. Just have a figure out what all of the buttons were pressed in. Der Kevin ist ein Nerd, aber ein cooler Nerd. Okay, dann lasst uns mal... Mich würde mal interessieren, wie lang dieses Spiel auch ist. Unlocken. Okay, dann wollen wir nochmal gucken. Das sieht so nach aktuell aus. 5, 3... War richtig? Ich habe jetzt nur da rechts geguckt. Ja, aber tatsächlich. Oh. I'm calling a cell phone. Another audition under the cell phone. Go me. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Und... Verdammt. Nicht ganz geschafft. Und... Verdammt. Verdammt. Jawohl. Come to a V-Room. Detected a strange MP3 from bla bla. Okay, auf jeden Fall gibt es eine komische MP3. Das kriegen wir auch hin. Ah, ja. Und ja. So, ja, das Secret-App mir. Sending a Scram at MP3s. My, what? Stop messing with my head. Wieso? Was versteht sie nicht an komischen MP3s? Use MP3-Decoder for your BDA. Also unser BDA kann ja wirklich alles, ne? Notes path through BDA decodes bottom of the screen. Press the button need to hit tent notes. Just write to the song. Give it a shot. Das ist leicht. Ein schönes Minispiel. Unlocked. Fertig. Haha. Das ist alles noch. Im ersten Anlauf hier. In the counter place, maybe you should go find Tia. Äh, wo ist er denn? Art Room. Gehen wir doch mal zum Art Room. Ich bin gespannt. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich das Spiel hier eine halbe Stunde durch habe oder sowas. Okay, da haben wir Principal's Office, Teacher's Lounge. Aber wenn ich so oft immer nach Kevin und so hin und her muss. Da ist er. Tia! Hey Barbie! Song all the time. It's the song play during the morning announcement. Ah, während der morgendlichen Durchsagen wird er gespielt. Aha. Wo wird das hergespielt? School Office at the other end of the hall. Ah, okay, am anderen in der Halle. Dann weiß ich ja Bescheid. Uh, das ist hier richtig Detektivarbeiter. Sherlock Holmes ist ja ein Witz gegen uns. Teacher's Bathroom. Door is locked. Ah, Moment, das kann auch ganz rechts sein. Wir werfen mal einen Blick dorthin. Café... Ne, das ist Cafeteria. Moment, wir haben doch eine Karte. Map. Ja, wir müssen ins Office. Ach, du Arsene, es gibt doch noch B und C. Oh, das wird... Ich glaube, das Spiel wird länger, als wir gedacht haben.